Ach, hier, kannst du das lesen? Ich lese da, Dings hat ein neues Buch geschrieben. Echt? Ja. Nee, nee, da steht, Dings hat ein neues Tuch gerieben. Zeig mal her. Quatsch. Dings ist auf Besuch geblieben, soll das heißen. Könnte auch heißen, sie hat einen Fluch gemieden. Hat das Ding keinen Zoom? Ah, ich hab's. Die Sphinx will nennen Eunuch wegschieben. Nee, doch nicht. Ah, Quatsch, da steht irgendwas mit Buch geschrieben. Ja, ja.